Nächste Station, Zoo. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U7, sowie zur Straßenbahn-Linie 14. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Konstablerwache Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, zu den U-Bahn-Linien U4 und U5, zu den Straßenbahn-Linien 12 und 18, sowie zur Bus-Linie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Hauptwache Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, sowie zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Alte Oper. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 64. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Bockenheimer Warte, Uni Campus Bockenheim. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U4, zur Straßenbahn-Linie 16, sowie zu den Bus-Linien 32, 36 und 50. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Leipziger Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Kirchplatz. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Industriehof. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U6. Zur Weiterfahrt in Richtung Hausen mit der Linie U7, bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 72. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Fischstein. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Hausener Weg. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Stefan-Heise-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Friedhof Westhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Heerstraße. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 60. Nächste Station, Friedhof Westhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Stefan-Heise-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Hausener Weg. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Fischstein. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Industriehof. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U7 in Richtung Hausen, vom gegenüberliegenden Bahnsteig. Sowie zur Bus-Linie 72. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Kirchplatz. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Leipziger Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Bockenheimer Warte. Unicampus Bockenheim. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U4, zur Straßenbahn-Linie 16. Sowie zu den Bus-Linien 32, 36 und 50. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Alte Oper. Umsteigemöglichkeit zur Bus-Linie 64. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Hauptwache, Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, sowie zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Konstablerwache, Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, zu den U-Bahn-Linien U4 und U5, zu den Straßenbahn-Linien 12 und 18, sowie zur Bus-Linie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Zoo. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U6. Zur Weiterfahrt in Richtung Enkheim mit der Linie U7, bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn-Linie 14. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Ostbahnhof, Europäische Zentralbank. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zu den Regionalzügen, zur Straßenbahn-Linie 11, sowie zur Bus-Linie 32. Nächste Station, Ostbahnhof, Europäische Zentralbank. End Offline. Please leave the train. Change here for Regional Trains, Tramline 11 und Bus-Linie 32.